Guten Abend meine Damen und Herren, da diese wunderbare Musik, muss ich dir leider sagen, nun etwas Modernes. Und ich habe es geschrieben. Nun, es geht über eine Roman, die ich gelesen habe von Michael Critchton, der Jurassic Park geschrieben hat. Und diese Composition geht über Micro. So ein übel, hochtechnologisches Institut kann die Leute schränken, ist eine Ameise. Und natürlich geht alles schief. Man sind acht Studenten in die Micro World und nur zwei kommen wieder. So, es ist eine Art Horror Geschichte. Im ersten Teil hören Sie, wie man sich fühlt, nach der Maschine zu gehen und von 1.80 bis zu einem Millimeter niedrig zu gehen. Liebe Damen und Herren, diese Composition ist, unfortunately, eine moderne. Und auf dem ist es von mir geschrieben. Es ist durch ein Buch von Michael Critchton, der famous Order of Jurassic Park. This goes about micro-world, in which a high-technology laboratorium has created the ability of shrinking people to the size of an ant. Of course, everything that can go wrong, goes wrong. They send in eight students, but they discovered something tricky is going on, and of course, the Institute sent some killers to get rid of them. This is what you're going to hear in this first part. unser 2 3 5 4 4 5 5 6 7 2 1 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020